Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Deep. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, warte mal kurz. Ich gebe dir mal kurz das Material, was ich habe. Brauchst du nicht, weil guck mal hier. Warte. Jetzt machen wir so rum. Ich gehe so, dass ich es auch sehe. Danke. So, do you want to sleep or slave? Und ja, und speichern. Erstmal speichern. Ja, do you want to sleep or slave? Ich will natürlich ein Sklave sein. Ja, so jetzt schlafen wir. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann wirklich wieder morgen ist. Es ist morgen. Ja, okay, das war halt ich, das nämlich nicht. Aber jetzt sollten wir... Hier, warte mal. Ich gebe dir mal Material, was ich habe. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Nee, weil ich glaube, jetzt sind wir erst... Ah. Jetzt müssten wir, glaube ich, bei dem... Ich bin ja auch noch die Kokos noch stehen. Ja, das ist schlecht von dir. Aber jetzt müssten wir, glaube ich, an dem Part sein, wo ich auch schon vorher nicht weitergekommen bin. Ja, guck mal, dann sind wir jetzt wenigstens gleich schlau. Ah, doch. Guck mal, jetzt soll ich hier so einen Waterstill bauen. Das siehst du hier, ne? Ich muss aber so eine Kokosnussflasche machen. Aber ich finde die nirgends wo. Vielleicht muss man die mehr finden. Zweifelig, oder? Wart mal, woraus macht man den Speer? Aus... Holz. Stücken. Die du mir gerade eingelegt hast. Ich mach mir mal kurz einen Speer. Das ist Level 2. Bin ich Level 1? Du bist noch Level 0 scheinbar. Ja, wir sind noch... Ne, wir sind Level 1. Wir werden zusammengezählt. Hä? Ja, guck mal weg. Oder wo wird das Level angezeigt? Nirgendwo, ich kann die ganzen Sachen schon machen. Ach doch, hier bei deiner Uhr. Hier, guck mal. Glaube ich. Okay, welche Taste? Weiß nicht. Aber da, du hast ja noch gar nichts gemacht. Ja, du machst ja auch da gerade der ganze. Da kann ich immer ein bisschen jagen. Da ist eine Krabbe, die töte ich mal. Die kannst du... Krabbi, Pia. Die kannst du... Da kannst du die Schale abziehen. Guck mal, jetzt hast du Level up. Ich hab die geskinnt. Jetzt ist sie tot. Ich hab Krabbi umgebracht. Und jetzt bin ich generell Level 2, oder wie? Level 1. Du warst vorher noch Level 0. Aber zähle ich jetzt ein Level höher bei dem, was ich gerade basteln wollte? Ja, eigentlich schon. Wenn ich es selber richtig verstanden habe. Ich wollte einen Fishing Spare machen. Nee, kann ich immer noch nicht. Ja, vielleicht muss ich... Also wir merken, für die Zukunft ich darf hinterher auch noch mal ein paar Sachen machen. Janine, bleib hier. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Vielleicht muss doch Level 1 in dem jeweiligen Baum sein, oder so. Ich hab' ich dann hier gefunden. Ach, das ist so, nur so irgendwie zum Kumpelstiegen. Guck mal, wahrscheinlich musst du in dem jeweiligen Skillbaum dann halt dieses Level haben. Oh Gott. Das wird noch zum Kotzen. Ich bräuchte halt noch so einen... Ich schwimme gerade ein bisschen ins Meer hinaus. Ich will, ich will mal zu diesem Sperr da schwimmen. Mach mal. Da ist ein Hai vor dir. Ja, aber der ist klein. Der interessiert sich auch irgendwie nicht für dich. Ja, ich seh's. Ich werde da schon mal... Ich werde da schon mal... Ich werde da schon mal... Ich schwimme mal weiter, ne? Der scheint mich ja irgendwie zu mögen. Ja, aber wie... Hä, ich versteh' nicht, wie ich das hier machen soll. Ah, guck mal, was ich gefunden hab. Ich will aber nicht runterschwimmen. Das ist mir zu dunkel. Können wir das benutzen, bitte? Das sieht mir besser aus, ist das Schiff, was wir haben. Ach so. Ich guck grad erst mal hier, wie wir... Bist du, äh, wirst du da direkt eifersüchtig auf dieses Schiff? Ja, aber ich will einfach nur verstehen, wie ich hier... Okay, ich muss einmal hochschwimmen. Übrigens, du kannst auch Infektionen kriegen, ne? Ich, ich bin gerade unter Tage. Ja, deswegen sag ich dir ja. Ich seh grad'n Scheißdreck. Ah, aber ich bin dumm. Ich versteh' nicht... Hä? Worauf soll ich denn dieses Kokosnuss-Ding machen? Ich finde... Alter, das ist echt... Ich kann sagen, press LB to open. Ich press die LB-Taste und da öffnet sich nix. Du musst dich für geduld halten. Nein, da steht press, nicht hold. Ich werde jetzt übrigens sterben. Das hast du gut gemacht. Das sieht lustig aus. Ja, aber... Ja, ich bin ja... Ich bin ertrunken, weil ich da nicht mehr rausgehab. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Muss man nicht einfangen, oder wie? Ja. Denk ich. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ähm... Ich bin draußen unter nem Schiff. Das ist schön, aber... Du siehst es an einem Schiffers. Der so rausragt. Und das da? Ja, da bin ich. Ja. Der Hai, der mag mich. Der wird zulassen, dass du mich holst. Da hinten schwimm ich. Hol mich. Bitte. Ja, wie mach ich das jetzt? Ja, wie soll ich dich jetzt hier holen? Weiß ich nicht. Ich kann dich nicht holen. Da passiert nix, wenn ich das mache. Schwimm nochmal hoch. Wir müssen halt da, glaube ich, ein bisschen rumprobieren. Vielleicht muss ich hier auch noch irgendwann gleich, soll ich machen. Oh Gott, ich muss... Ah, ich hab's verstanden. Ach, du Scheiße. Okay. Dann rette mich mal bitte, mein lieber Ehemann. Ja. Ich will leben, bitte. Vielleicht hab ich mir mein scheiß Messer irgendwo hingeschmissen aus Versehen. Leben. Jetzt sieh vielleicht erstmal an die Oberfläche, bevor du... Was ist das für ein dicker Brummer? Ich seh ihn. Haha. Ah. Du musst mich wahrscheinlich in das Zelt legen, oder? Ja. Wieso kannst du mich eigentlich so behindertragen? Geht's sehr gut. Hilfe. 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 So, was machen wir jetzt für dir? Hui. Was ist denn? Hilfe. Hilfe. Was hab ich für einen Ehemann? Der schmeißt mich einfach über die Insel. Fräumlich, was hast du gefressen? Wirf der mich einfach einmal über die ganze Insel. Ja, leck mich auf Arsch. Wo ist meine Frau noch hier? Seine Frau. Und? Und? Hiiii. Na gut, du kannst es natürlich ein bisschen vereinfachen, aber es tut doch weh. Das ist ja nicht mein Problem. Das musste ich in den 20 Jahren Ehre mit ertragen. Bitte hör auf. Es tut weh. Ich hab schon gebrochene Knochen. Und die Frage ist, was mach ich jetzt mit dir? Ich glaub, du musst mich einfach ins Zelt tun. Schelter. Kann ich dich jetzt hier so veracken? Weil ich hab doch Bandagen, ne? Ah. Ah. Ich lebe wieder. Aber bloß weg von den Verrücken. Bloß weg von den Verrücken. Was machst du da? Ich backe. Äh. Äh. Bitte lass es. Ich kann... Jetzt kann ich was machen. Ja, ich hab hier drin festgebackt. Toll. Jetzt... Was mach ich jetzt mit meinem Messer, was irgendwann am anderen Ende Nirvana ist? Wirst du meinst so lange haben? Ne. Obwohl, ich brauch erstmal Hunting. Also... Wollen wir nochmal... Kannst du mal versuchen, diese Kiste zu holen? Ja, ja. Mach ich. Ich schwimm auch direkt hinter dir. Ich guck mal, was an dem anderen Ende vom Schiff ist. Aha, nix. Genau den meine ich. Da war nichts sinnvolles drin. Ich glaub, mich hat ein Hai gerade angeknabbert. Komm, lass mich doch da drauf. Du meinst ein Hammerhai, der da lang schwimmt. Ja, vermutlich. Also du konntest auch nichts mit dem Container anstellen? Doch, aber... da war nichts sinnvolles drin. Wer mag mich nicht? Ich muss flüchten. Oh Gott. Ja, musst du auch gerade feststellen, dass da schnell ist. Ich bin mal zu dem anderen Schiff da. Da waren wir schon. Ja, aber vielleicht haben wir dann noch nie alles geholt. Doch, habe ich schon. Das habe ich auch schon in meinem ersten Safe-Set gemacht. Du hast echt viele Freunde. Ich kenne die Leute teilweise gar nicht. Das ist toll, oder? Ja, hör doch mal auf, die Hand zu knabbern, Willi. Warte, ich schieße zu. Wo bist du? Ich jage einen Mantarochen. Ich habe noch ein Schiff gefunden. Oh, ich glaube, ich habe die letzte Munition von Balladoubs. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja, die Frage ist, das war... Ich habe... Ich habe... Ich weiß halt nicht, wo... Hilfe! Gib weg, Willi! Ich weiß halt wirklich nicht, wo wir so ein... Ding da herkriegen. Aber ich will jetzt auch nicht... Ich glaube, ich brauche einen Speer, um den anzugreifen. Ich will doch nur hier das Ding looten. Ich... Äh, fällt mir jetzt witzig sein. Ich habe was gesammelt. Ich habe was gefunden. Ich bin so stolz. Ich habe eine Kiste gefunden. Ich bin so stolz. Ich muss jetzt nur ein Leben zurückschaffen. Die Frage... Weißt du, was ich jetzt gerade hier frage? Was denn? Wir nehmen jetzt den ganzen Scheiß hier mit auf einer anderen Insel, weil wir müssen auf einer anderen Insel, weil wir haben hier nichts mehr. Ich denke mal, wir müssen das alles ins Inventar packen. Lass mir die Krabbe, bitte. Guck mal, hier habe ich was gefunden. Geh dann. Komm mit. Warte, ich will die Krabbe wegen dem Hunting. Ich will den Hai jagen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Crafting Builder... Oh, consume... Oh, ich habe verstanden, wie es funktioniert. Ich habe jetzt jetzt gecheckt, wie das Spiel... Wie das... Alter, ist das nervig. Dass die ganz... Alter... Ich bring deinen Sarg, in den ich die Stecke fürs mich rumwerfen. Hier, dein Sarg. Da kannst du nicht reinlegen. Ja, und wen nehmen wir jetzt das ganze Zeug hier mit? Ich habe die Idee, man kann ja in die Kisten aber reinpacken oder nicht. Dass wir das zum einen in die Kisten packen und die Kisten dann so mitnehmen. Das wäre doch eine Idee. Das funktioniert tatsächlich. Torch, nehme ich mal. Ich nehme mal die Taschenlampe, weil ich ja so komischerweise der Erkunder bin. Das würde eher passen. Was sind das für die komische Dinger? Bin ich jetzt bei Hunting auf 2? Weiß ich nicht. Ich bin zumindest, was Kloppen angeht, auf 2. Heißt das, ich kann jetzt das Ding, was ich haben will, machen? Oder muss ich da weiterleiden? Ich weiß es nicht. Nein, ich brauche tatsächlich Hunting. Das heißt, ich muss irgendwie handen. Herr Wurzel, Hölle. Also Leute, das wurde jetzt auf jeden Fall für das LP festgestellt. Er wird der Crafter sein und ich werde der Hunter sein. Und der Gunder. Das haben wir jetzt festgelegt. Ich glaube, wir müssen auf eine neue Insel. Da ganz hinten sehe ich eine. Die sieht auch wesentlich größer aus als dieses kleine Ding hier. Die ist noch eine Kiste. Ja, aber ich glaube, wir haben soweit alles. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Wir können noch was mitnehmen. Außerdem habe ich noch ein Inventar. Ja, dann nehmen wir hier die Planken einfach mit und dann haben wir halt wirklich alles. Ja, wir können das doch auch in die Kiste packen. Ja, ich weiß, aber dann nehmen wir auch noch hier das Zeug mit. Äh, mir ist schlecht. Ich müsste vielleicht noch mal gleich was trinken. Äh, mir ist schlecht. Ich werfe das weg. Ich habe keine Pflanze gegessen. Ich weiß nicht, was die Pflanze gemacht hat, aber ich habe sie gegessen. Äh, mir ist immer noch schlecht. Ja, du musst das trinken. Schon da gerade. Drücken, geh mal auf deine, geh mal auf deine, auf deine Dingens. Ja, guck, wie verduchst du es gerade. Ich habe nichts zu trinken. Ich habe Fleisch. Ja, dann würde ich mir jetzt ganz schnell was holen. Ja. Wo soll ich das herbekommen? Ach, du hast doch keine. Du hast doch gar keine Axt oder so, ne? Was passiert? Nicht! Ich bin da gerade drauf, ich sammle Kokosnüsse. Okay. Bitte. Bitte. Nein, nicht mitmau, Mensch, lass mich ab! Ich habe sogar Schaden bekommen wegen dir! Das hätte ich ja nicht wissen können, ne? Oh! Der will mich nur umbringen. Ich würde mich aber jetzt ja gerne mal beeilen, ne? Weil, ich würde gerne auf die andere Insel, damit ich, damit wir auch... Wo ist das so? Das freilich auch. ich weiß von mir auch nicht aber mir fehlen da ein paar sachen ich habe zwei kokosnüsse können wir jetzt ganz einfach mal auf den weg machen ja ich bin auf dem weg so an dieser stelle ist das video jetzt zu ende ich hoffe es hat euch spaß gemacht zuzuschauen wenn ja dann zeigt das anhand eines abos und eines likes und wir sehen uns dann beim nächsten mal ciao leute